In allererster Linie sollte es mal ein lustgetriebener Prozess sein, das heißt nicht ein Prozess, der aus der Not angestoßen werden muss. Also wir müssen jetzt mal uns in diesem digitalen Sektor bewegen, wir müssen jetzt mal eine App probieren, wir müssen jetzt mal uns mit Leihmodellen auseinandersetzen, sondern wir wollen das. Wir wollen Veränderungen mitgestalten. Das ist für mich Innovation. Veränderungswunsch und Gestaltungswille und dann eben auch die nötigen Schritte dazu ergreifen. Nötige Stellen für sowas schaffen, nötige Unternehmensstrukturen für sowas schaffen und dann am Ende noch mit großer Liebe zum Kunden und zum Produkt neue Gestaltungswege für alten Content finden.